Ich bin neugierig auf diesen Film, weil es geht um Einwanderer und um Asylwerber und ich denke, solche Leute haben ganz besondere Schwierigkeiten, wenn sie irgendwo in einem neuen Land fußfließen. So Dinge, die wir uns vielleicht gar nicht richtig vorstellen. Und in dem Film ist vielleicht einfach was zu sehen, ein Hinweis, wie diese Leute leben müssen oder können, was für Chancen sie haben. Finde ich ganz toll, bin gespannt. Und ich finde es super, dass wir den Film am auch persönlich kennengelernt haben und er einen sehr tollen ersten Eindruck vermittelt hat. Und aus dem Grunde daran bin ich sehr interessiert an seinem Werk.